Herzlich willkommen zum Beichtstuhl. Heute erfahrt ihr, wie unser Gast todesmutig in Hamburg einen Verbrecher stellt. Wie sich süd auf erbärmliche und peinliche Art und Weise ein zweites Paar neuer und teurer Schuhe erlügt. Und die Leidensgeschichte von Ost, wie er als Kind auf rohen Erbsen knien musste, wenn er mal wieder Scheiße gebaut hat. Hast du mal geklaut und Scheiße gebaut? Deinen Liebsten betrunken oder einfach gelungen? Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl. Beichtstuhl. Herzlich willkommen im Beichtstuhl. Beichtstuhl. Die feine Podcast-Kost mit Süd- und Ost. Herzlich willkommen im Beichtis. Es ist Dienstag. Ihr seid wahrscheinlich beim Joggen. Ihr liegt in der Badewanne. Ihr flandiert durch leere Fußgängerzonen während des Lockdowns. Kein Problem, wir heitern euch auf. Wir sind der Fels in der Brandung. Euer Leuchtturm, euer Beichtstuhl. Und mir zu geschalten ist zum einen erstmal der wunderbare und beste Schlagzeuger der Welt Süd. Hallo. Au, 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 sag ich dir. Au, au, au. Aber auch hallo, hallo. Hallo Ost und hallo Rest. Immer noch Kopfschmerzen? Au, wow, 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 wow. Man muss ja sagen, wir hatten da so eine große Show. Und wenn du nur noch eine große Show im Vierteljahr hast, ja, dann musst du natürlich auch feiern, wie in der Zeit, wie du normalerweise 15 Shows hast. Das heißt, ich habe 15 Mal so viel Alkohol getrunken und ohne Scheiß. Also ich glaube erst so, dass ich erst so im Prinzip seit heute Mittag das erste Mal wieder feste Nahrung zu mir nehmen kann. Das kann ich absolut bestätigen. Kurz zur Erklärung für alle nicht eingeweihten, für alle neuen Hörer des Beichtstuhls. Wir beiden hübschen, maskierten Vollpfosten haben eine kleine Band nebenbei laufen namens Hämatom. Und diese Band hatte am Samstag ein Streaming-Konzert. Ein Streaming-Konzert live from Zombieland. Wir haben uns mit einer Horde voller hässlicher Zombies angelegt. Haben sie, wollten sie zumindest in die Flucht schlagen, haben natürlich versagt, wie im wahren Leben auch. Fand es aber gar nicht so schlimm, da irgendwie als Zombie zu existieren, eine Zeit lang zumindest. Genau. Und nach dieser Show wurde exzessiv, exzessiv gefeiert. Und wie Süd schon gesagt hat, wenn du einmal in drei Monaten spielst, dann musst du auch die kompletten Partys, die du normalerweise in drei Monaten machst, zusammenlegen und da an diesem Tag veranstalten. Und ich kann euch eins sagen, Leute. Das, was Süd gerade gesagt hat, das ist nicht übertrieben gewesen. Er erzählt hier viel scheißer. Er stellt sich oft besser, größer, intelligenter dar, als er sonst ist. Aber in diesem Fall, in diesem Fall war es einfach so, das war unglaublich. Jetzt kenne ich dich seit 16, 17 Jahren. Aber ich habe dich in so einem Zustand wirklich noch nie gesehen, Alter. Du wusstest nicht mehr, ob du mit dem kleinen Buchstaben in der Mitte anfangen sollst oder mit dem großen ganz außen rechts oder mit dem scharfen S irgendwo links in der Ecke. Es war nichts mehr möglich bei dir, Alter. Das war Wahnsinn. Aber das ist jetzt lustig, dieses Feedback zu erhalten, weil ich dachte wirklich, dass ich eigentlich irgendwie alles unter Kontrolle hatte. Null. Alles klar, gut. Ich hoffe, wir hatten währenddessen auch Zoom-Konferenzen, weil man natürlich in Corona-Zeit jetzt nicht zu krass feiern kann mit so vielen Leuten. Das heißt, wir waren eigentlich in einem relativ kleinen Kreis, haben uns aber irgendwie mit unseren sonstigen Technikern, die normalerweise in der Crew sind, zusammengeschaltet und haben mit denen gefeiert. Die Tapfesten haben bis um halb sechstig diese Scheiße angehört, dieses Lallen in den Rechnern. Unglaublich, ja. Das fand ich auch unglaublich. Also wirklich, dass die einfach immer in ihrem Wohnzimmer oder wo sie auch waren, zugeschaltet waren und irgendwie, ich habe, also ich dachte ja, dass ich schon noch deutlich gesprochen habe, aber ich habe auf jeden Fall inhaltlich bestimmt Schrott erzählt, ja. Das ist aber nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues, aber dass sie so lange zugehört haben, habe ich mir auch gedacht, sehr interessant. Haben die irgendwie mehr Geld bekommen von mir oder was war da los? Hast du ihnen Geld gegeben, dass sie mir zuhören? Ne, es war sehr mutig von ihnen, aber es war auch sehr mutig von dir oder von uns, weil wenn einer von denen uns erpressen möchte in der nächsten Zeit, dann hätte er einfach nur diesen Rekord-Button drücken müssen, Alter. Mit diesen drei, vier Stunden, was die da gesehen haben, vor laufender Kamera, ohne Scheiß, da werden sämtliche Existenzen, ja, wobei, weiß ich nicht, vielleicht wäre das ja auch, hätte das auch alle Rockstar-Klischees erfüllt, was sie da gesehen haben und es interessiert niemanden, wie in der letzten Folge, als ich von Till Lindemann erzählt habe, der ein Porno rausbringt und kein, stell dir mal vor, du drehst ein Porno und keine Sau interessiert sich dafür, so ungefähr. Lass uns kurz über die Show reden. Also erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die da draußen diesen Stream geguckt haben, es war wirklich unfassbar, was wir für Reaktionen darauf hinbekommen haben. Die uns auch supportet haben, genau, die es im Prinzip mitfinanziert haben durch den Kauf unserer Merch-Produkte, die wir extra für dieses Halloween-Special irgendwie so angeboten haben. Das klingt jetzt irgendwie nach Abzocke oder, nee, nicht, es klingt nicht nach Abzocke, es klingt nach Konsum oder Kapitalismus, aber letztendlich, also ihr könnt da gerne mal reinschauen, diese Show gibt es natürlich noch bei YouTube, die hat wirklich viel Geld und vor allem viel Liebe, vor allem bei den Technikern gekostet, Liebe fürs Detail, viele Arbeitsstunden und es kostet alles Geld, es muss man alles bezahlen und ihr, ihr, genau, ihr habt es möglich gemacht. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle, das war echt großartig. Absolut, absolut, tatsächlich, das war eine unfassbar große Crew, ich glaube, wir waren um die 100 Leute am Set, die möchten alle irgendwie bezahlt werden und das ist momentan, also wenn du nicht unbedingt mit einer Bezahlschranke arbeiten willst, nur durch Merchandising möglich, also auch von mir ein großes Dankeschön. Die Reaktionen waren, also ich habe kaum welche gehört, die negativ waren, also fast schon wie in der DDR damals unter Honecker. Ben, bürdest du sie eh gleich löschen, bin ich mir sicher. Ja, wir hatten eine Zustimmungsquote von ca. 97,8 Prozent, Grüße nach Weißrussland zu Lukaschenko. Zwei Prozent Enthaltungen. Zwei Prozent Enthaltungen, ja. Das war tatsächlich sensationell und ich muss sagen, der rührendste Kommentar und der, der mich wirklich mega getroffen hat, wo ich dann plötzlich Gänsehaut gekriegt habe, von dem mir berichtet wurde, beziehungsweise den ich mir danach durchgelesen habe, nach dieser Show war, Herr Matome, ich wollte mir heute das Leben nehmen und dann habe ich euren Stream gesehen und der gab mir wieder Hoffnung. Und da saß ich so da und war so schockiert und paralysiert so von diesem Satz, wo du denkst, Alter, du machst doch eigentlich nur ein Konzert gerade. Aber anscheinend gibt es da draußen wirklich Leute, zum einen, die Probleme haben, gut, das ist jetzt nicht überraschend, aber die sich wahrscheinlich halt in dieser Zeit, in der es keine Konzerte gibt, in der alles wirklich gerade, ja, doch schrecklich ist für viele, die irgendwie so Halt suchen und sich an Sachen festklammern, die halt in ihrem Leben bis dahin zumindest eine, ja, Gewohnheit waren, eine liebgewonnene Gewohnheit und das hat mich, das hat mich echt, das hat mich gekickt, Alter. Total, also wenn man dann wirklich mit Musik wieder Leuten, Menschen Kraft geben kann, geil. Voll, total. Und ich kann auch andersrum sagen, auch uns gibt es Kraft. Also klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist so. Es gibt uns Kraft, genau, deswegen auch mein Besäufnis, weil ich einfach, glaube ich, mal wieder so dankbar war und, genau, dankbar war, Punkt. Und was man dann noch sagen muss, ich glaube, viele können es nicht einschätzen, dass dieses permanente Verzichten auf das, was man seit Jahrzehnten macht, so als Musiker, und jetzt müssen wir irgendwie seit knapp einem Jahr schon verzichten, also wir haben dieses Auftrittsverbot, das ist echt eine harte Nummer. Das ist, das reißt ein riesen Loch rein. Ja, in den, in den, naja, es reißt, ganz kurz nochmal, es reißt ein riesen Loch und zwar, das sprechen wir jetzt gar nicht mal finanziell und so, wie gesagt, wir leben in einem reichen Land, das wird schon irgendwie halbwegs noch funktionieren. Ja, das meine ich gar nicht. Aber es reicht, es reißt seelisch, finde ich, ein totales Loch rein, das wäre, als würdest du, als bist, genau, als fliegst du gerne halt Passagierflugzeuge und darfst das nicht mehr ausüben oder als bist du mit Leib und Seele Krankenschwester und jemand verbietet dir einfach, aus guten Gründen, ja, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber jemand verbietet dir halt einfach gerade deinen Job auszuüben. So, und zum Stichwort Kraft wollte ich noch ganz kurz sagen, deswegen ist es so, dass diese, so eine Show gibt uns mega Kraft, die wir uns eine Stunde nach der Show schon wieder komplett kaputt saufen und dann spätestens bis Mittwoch brauchen, um diese Kraft wieder zu spüren. Egal, so sind wir, Musiker, richtig, wir sind so klug, K-L-U-K. Okay, egal, lassen wir die Show mal Show gewesen sein, so schön, wie sie war, es geht hier um den Beistuhl, wir sitzen da gerade drin, wir sind, wir sind gierig nach Sünden und haben uns dazu endlich mal wieder einen Gast eingeladen. Es ist niemand Geringeres als der König der Podcast-Szene momentan, er war schon Unternehmer, Berater, Musiker, Flugbegleiter und ist jetzt, wie gesagt, Podcast-Produzent und Podcast-Host. Es ist ein sehr netter Zeitgenosse und Kollege, hat einen sehr erfolgreichen Podcast momentan laufen, der nennt sich Das Ziel ist im Weg und hat, glaube ich, seit letzter Woche, seit dieser Woche, das werden wir gleich erfahren, einen neuen Podcast-Amtsstart mit Oli P., ja, dem großartigen Oli P. aus den 90er Jahren. Alles weitere werden wir jetzt im Laufe der nächsten Minuten und Stunden erfahren. Dann herzlich willkommen, Andreas O. Loff oder wie wir ihn nennen, dürfen mittlerweile Loffi. Hi! Hi, 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 hi. Hallo, Loffi. Was soll ich denn, was, wie soll ich denn über diese Anmoderation hinwegkommen? Vor allem, jeder denkt ja, ich bin vom Flugbegleiter direkt in den Podcast gestiegen. Also, da waren noch ein paar Sachen. War das nicht so? Nein, da waren noch so ein paar Sachen zwischendurch. Aber das, vielen, vielen Dank. Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein. Vor allen Dingen, ich hatte es gehört bei den zärtlichen Cousinen, die euch ja gegrüßt haben und dann habt ihr die wieder zurückgegrüßt, dass man Hämatom sagt mit Äh. Und wir in Norddeutschland sagen aber Hämatom. Das ist ja auch, wir sagen ja Bär, wenn wir einen Bären meinen. Also, das... Ja, tatsächlich, wir müssen das den Leuten da draußen erklären. Manche können uns nur hier als Podcaster, andere wissen aber, dass wir noch nebenbei, momentan nebenberuflich tatsächlich, mit unserer Band Hämatom unterwegs sind. Und jedes Mal, wenn wir wirklich mit dem Norden zu tun haben, und es passiert wirklich oft, weil wir unter anderem ja mit den Wackenleuten sehr intensiv zusammenarbeiten, dass wir ständig Hämatom ausgesprochen werden. Das heißt aber, es ist nicht nur der Sprachflirr praktisch bei Hämatom, sondern bei Bären ist es so und bei anderen... Ja klar, das ist ein Bär. Ist es exakt genauso, oder was? Ja, ja, also das Ä wird gerne als E ausgesprochen. Aber dementsprechend, macht euch ja keine Sorgen, nehmt ihr denn auch wirklich jetzt mit Masken auf? Ja, selbstverständlich. Immer, immer. Ich bin eigentlich nur noch mit Masken unterwegs. Ist das nicht blöd, dass ihr quasi Mainstream geworden seid, dass alle jetzt eine Maske tragen? Ja, ja, ja. Wir haben ja jetzt eine Doppelmaske, wenn wir rausgehen. Eine Maske über der Maske. Von daher sind wir wieder so ein Schritt weiter. Wir hatten tatsächlich, als die Maskenpflicht kam, irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, Mai, Juni, Juli, irgendwann in dem Dreh, hatten wir den Post Maskenpflicht seit 15 Jahren, also 2004, kam tierisch an der Post. Seitdem sind wir tatsächlich ein bisschen Mainstream geworden. Und was schade ist, dass wir auch in der spielfreien Zeit, du weißt es ja, als Musiker darf man momentan nicht auf die Bühne, zumindest nicht so auf die Bühne, dass es Spaß machen würde, da trotzdem irgendwie mit Maske unterwegs zu sein, macht so bedingt Spaß. Hoffentlich ist es bald vorbei und wir können es tatsächlich auf der Bühne tragen. Ja, Lofi, wie geht's dir? Ich würde sau gerne mit einer ganz kurzen Story anfangen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar ist es noch gar nicht zu lange her, ich glaube drei, vier Wochen, als wir in Hamburg waren, wir haben diese Story auch hier erzählt im Podcast, haben wir vor lauter Freude, dass wir endlich mal wieder raus dürfen und eine Großstadt von innen sehen können, die ganze Nacht durchgefeiert, hatten mit dir aber einen Termin um neun Uhr ausgemacht zum Frühstücken in einem Hotel und du kannst gerne mal berichten, wie das so war, als wieder ankam. Ja, also ich kenne euch ja sonst, hatte ich euch ja nicht erkannt und vorher gekannt und ihr wart schon relativ ruhig und jeder war so, man hätte sagen können von außen, ihr wart in eurer Mitte, aber ihr wart immer noch betrunken, glaube ich, dementsprechend. Ich habe noch relativ viel gesprochen und irgendwann zum Abschied, und das fand ich ganz schön, sagte ich, so ihr Metal-Mäuse, ich muss jetzt los. Und ich fand Metal-Mäuse eigentlich auch sehr schön, ihr habt euch auch sehr gefreut darüber, dass ihr, ihr seid jetzt meine Metal-Mäuse, das seid ihr einfach. Tatsächlich, wer, 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 also würde dieser Podcast nicht Beitsstuhl heißen, hätten wir ihn wahrscheinlich Metal-Maus-Time genannt oder irgendwas. Ja, Laufi, bevor wir nochmal direkt auf deine, auf deine, keine Ahnung, 10, 15 Berufe kommen, die du vorher schon hattest, bevor du Podcast-Star geworden bist, bist, würden wir sehr gerne mit dir beichten gehen. Du weißt, du bist im Beichtstuhl zu Gast und hier wird jeder eingeladen, einfach mal seine Sünden loszuwerden, einfach das loszuwerden, was ihn seit Jahren, vielleicht aber auch seit kurzer Zeit erst belastet. Genau, hast du Pock? Ja, ich habe da eine Geschichte mitgebracht, wo ich richtig Scheiße gebaut habe, ja. Die Beichte der Woche Und wir kommen zur ersten Beichte dieser Ausgabe. Wir haben einen Gast hier, den Laufi, den, so sagen wir, alle Sasser irgendwie so in allen Bereichen und er ist unser Gast, deswegen darf er natürlich als allererster beichten. Laufi, du hast gesagt, du hast eine Beichte dabei, wir sind jetzt total ohr. Ja, es ist folgendermaßen, es klingt wie ein schlechter Witz, den man erzählt, ich möchte eigentlich um Vergebung bitten für drei Personen, nicht nur für mich, sondern es handelt sich um einen Polizisten, einen Einbrecher und mich. Und ich weiß nicht, ob ihr den anderen beiden Vergebung geben könnt oder wir da Abhütte leisten können, aber das könnt ihr dann mal selber beurteilen. Und zwar ist diese Geschichte ungefähr, ich sag mal, knapp 20 Jahre her. Und ich habe damals einen Freund von mir hier in Hamburg besucht und es ist relativ wichtig für die Geschichte, ich bin damals mit einem Firmenwagen gefahren, das war ein Opel Signum Kombi in dunkelblau. Das ist jetzt keine Werbung, es ist wichtig für die Geschichte, merkt euch dieses Auto, stellt es euch vor, dunkelblauer Opel Signum Kombi. Und ich habe den besucht mit dem Auto und wir haben relativ viel Alkohol getrunken. Ich schätze mal jeder anderthalb Flaschen Wein. Und bevor jetzt jemand das aufbringt, es ist nicht vernünftig und ich habe es seitdem nie wieder getan, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren. Das war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, weil es ist Folgendes passiert. Ich bin von ihm weggefahren, hatte diese anderthalb Flaschen Wein intus und stehe an einer Ampel, rechts von mir geht es in eine Einbahnstraße, in die ich nicht reinfahren darf. Und stehe an dieser Ampel, nach rechts die Einbahnstraße und ich wollte in die nächste rechts reinfahren. Plötzlich sehe ich vor mir eine schwarze Gestalt in dieser Einbahnstraße laufen und kurz danach, gefolgt von einem Polizisten, der Polizist relativ beleibt, der schwarze Schatten, ich weiß gar nicht, also den habe ich in dem Moment nur als schwarzen Schatten gesehen und die Ampel wird grün und ich fahre an dieser Einbahnstraße vorbei, biege die nächste rechts ab und wieder rechts und sehe, wie der Polizist aus dieser Einbahnstraße rauskommt, in die ich nicht reinfahren durfte. Sehr dicker Polizist. Und lief in die Richtung, in die ich fuhr. Das ist in der Nähe der Uni von Hamburg gewesen. Hinten, da grenzt die Uni so an so ein Wohngebiet. Eine 30er-Zone, relativ schmale Straße, überall packen Autos. Und dann dachte ich mir, wenn ich diesen Polizisten sehe, wenn er in die Richtung läuft, wo ich fahre, dann sehe ich ja auch gleich den Typen, den er verfolgt. Und ich fahre also so ein Stück und sehe einen Typen wie aus einem Comic. Schwarzgekleideter Mensch mit so einer aufgerollten Mütze und ich fahre so Schritttempo und fahre auf seiner Höhe und denke mir, was machst du denn jetzt? Und fuhr so auf seiner Höhe und sah dann vor mir, dass so ein paar Autos, dass der Fußweg frei war und da keine Autos parkten. Und habe mich dann entschieden, Gas zu geben und fuhr ihm auf den Fußweg zu fahren. Und der Typ bleibt stehen und hebt die Hände. So, jetzt kommen wir nochmal zum Auto. Dunkelblauer Opel Kombi. Hätte auch ein Zivilpolizeiwagen sein können. Für mich war das gefühlte Ewigkeit, wie der da stand mit erhobenen Händen. Und ich hatte dann kurz überlegt, ob ich mein Handy nehme. Und das war damals noch so ein klobiges Nokia und mich dann so aufs Dach lege und so tue, als wenn ich eine Waffe habe. Das habe ich dann aber nicht getan. Gefühlt, 30 Sekunden kam dann der dicke Polizist komplett außer Atem, hat dem Typen die Hände auf den Rücken gedreht, Handschellen angelegt, während fünf Polizeiwagen hinter mir mit Blaulicht ankamen. Und mir dann klar war, ich habe anderthalb Flaschen Wein getrunken. So, alle Polizisten stiegen aus diesem Polizeiwagen aus und liefen zu dem Polizisten, der gerade diesen vermeintlichen Einbrecher festgenommen hat und haben ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, Werner, geil gemacht, hast ihn gefangen. Und ich stieg währenddessen aus dem Auto aus, weil ich dachte, vielleicht ist es besser, dass ich mich mal auslüfte. Im Auto riecht man vielleicht den Alkohol. Ich bin aufgestanden und ein Polizist sagte zu mir, und was machen Sie hier? Und ich sagte, ja, ich habe geholfen, diesen Flüchtigen zu fangen. Und dann sagte Werner, also der Mann, der den Polizisten hat, das ist unklar, Personalien aufnehmen. Ach komm. Ja, und ich stand dort, es ist wirklich passiert, es ist wirklich passiert. Und ich stand da und dann kam eine Polizistin zu mir und sagte, ja, erzählen Sie mal die Geschichte. Ich so, ja, Einbahnstraße, reingelaufen, also das, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann sagte sie, ja, nee, dann müssen wir keine Aussage aufnehmen. Und schönen Abend noch, fahren Sie vorsichtig. Und diese Polizistin hatte definitiv gemerkt, sage ich, dass ich Alkohol getrunken habe. Nun fuhren vier Polizeiwagen weg mit dem Einbrecher und mit Werner. Ja, wir erinnern uns, das ist unklar, Personalien aufnehmen, Werner. Und dann klopfte es nochmal an der Scheibe. Ich saß im Auto und es war diese Polizistin. Und sie sagte zu mir, ich muss ihre Aussage doch aufnehmen. Und ich hatte mir dann eine Zigarette angezündet und einen Kaugummi und sagte, kann ich im Auto sitzen bleiben? Und sie guckte mich an und sagte, ja, Sie können im Auto sitzen bleiben. Dann habe ich die Geschichte erzählt. Dann hat sie meinen Ausweis nochmal abgeschrieben, guckte mich an und sagte, fahren Sie bitte vorsichtig. Und ich durfte weiterfahren. Und jetzt bitte ich um Vergebung sowohl für die Polizistin, die damit einen Fehler gemacht hat, mich fahren zu lassen. Für den Einbrecher, wo wir nicht wissen, ob der nicht vielleicht fünf Kinder zu Hause hatte und es sein erster Einbruch war und er sofort gefangen genommen worden ist. Übrigens 200 Meter weiter fing das Unigelände an, wo er einfach weg gewesen wäre vor dem dicken Werner. Wir erinnern uns, das ist unklar, Personalien aufnehmen, Werner. Und natürlich für mich, der total bescheuert Alkohol getrunken hat und sich hinters Steuer gesetzt hat. Das ist die ganze Geschichte. Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Das klingt ja wirklich, aber das klingt ja wirklich wie nach einem Tatort, oder? Ja. Also rechnet man nicht jede Sekunde damit, dass Till Schweiger irgendwie aus irgendeiner Türritze rausgesprungen bekommt und irgendwie sich da einmischt oder so? Nee, also das Bescheuerte ist, dass du halt im Nachhinein erst kapierst, was du da gemacht hast. Weil diese Entscheidung vernebelt, das zu tun. Ja, also da rät ja auch jeder von ab. Dieser Typ hätte einfach in mein Auto einsteigen können und mir ein Messer an den Hals setzen können und sagen können, fahr mich weg. Eine Woche vorher ist... Oder er hätte einfach eine Knarre haben können. Ja. Der hätte auch einfach über meine Motorhaube steigen können und hätte drei Beulen dagelassen. Das ist also so das Mindeste oder das Beste an den schlimmsten Szenarien wäre das gewesen. Aber das ist einfach nur bescheuert gewesen, weil du deine Urteilsfähigkeit durch den Alkohol einfach so herabgesetzt... Ich habe ja in dem Moment, wo ich auf diesen Bürgersteig gefahren bin, nicht drüber nachgedacht, dass was danach kommt, wenn ich den Typen stelle, dass ich auf jeden Fall mit der Polizei in Kontakt kommen werde. Völlig... Ja und sag mal, was ist... Also erstens, warst du damals rausgekriegt? Also gab es irgendwie Zeitungsberichte dazu? Nein. Weißt du, was er verbrochen hat? Also hat er wirklich eine Sparkasse überfallen oder ein Brot geklaut? Nee, das war ja nachts und ich glaube, der ist irgendwo eingestiegen. Also ich glaube, das haben die auch gesagt. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ob ich gefragt habe, was hat der Mann gemacht? Ja, ein versuchter Einbruch oder sowas. Aber ich bin... Also das war ja mitten in der Nacht. Also der wird nicht versucht haben, eine Sparkasse mitten in der Nacht auszurauben. Und... Und was ist mit Werner los? Also warum heimt Werner irgendwie das Ganze... Lob ein und verteilt es nicht so ein bisschen unter den Menschen, die wirklich dazu beigetragen haben, dass dieser Einbrecher gestellt worden ist? Ja, Werner läuft wahrscheinlich auch immer noch rum und wenn ihn jemand auf seine Körperfülle anspricht, sagt er, ja, ja, aber ich habe damals, 2003, diesen Verbrecher gefangen, weil ich so schnell gelaufen bin. Ja, Werner das Schwein. Voll, Werner ist das Schwein, Alter. Du bist nicht das Schwein. Du hast alles richtig gemacht. Werner ist das Schwein. Normalerweise kriegen doch Menschen mittlerweile das Bundesverdienstkreuz, wenn sie irgendwie Zivilcourage zeigen und Verbrecher stellen oder sich einfach einmischen. Ja, aber ich kann das wirklich nicht empfehlen. Also wirklich, ich habe da mit mehreren Menschen drüber gesprochen, die sagten, du bist nicht ganz dicht, weil das hätte eskalieren können. Man hätte die Polizei rufen sollen und sagen, also aus weiter Ferne ihn verfolgen, gucken, wo er reinläuft. Und das ist eigentlich das richtige Verhalten. Und das war halt getrübt durch Alkohol. Und das wollen wir mal als größte Sünde hinstellen, sage ich jetzt mal, ist Fahren unter Alkoholeinfluss geht gar nicht. Also habe ich seitdem auch nie wieder gemacht, weil meine Urteilsfähigkeit, also was hätte da alles passieren können? Entschuldigung, ich muss kurz mal ausschnauben. Das ganze Kokain. Da hast du tatsächlich recht. Aber ich glaube, jeder von uns, also zumindest wir beide, werden jetzt vielleicht so eine Sünde heute nicht loswerden, aber wir hätten sie auch zu beichten. Ich mit 18 und Süd, bin ich mir sicher, Süd hat glaube ich sogar so eine ähnliche Beichte. Ich habe sie schon gebeichtet. Und da war auch ein netter Polizist, leider keine Polizistin, ein netter Polizist, der auch großartig, also er hat mich nicht weiterfahren lassen, aber er hat mir auch keinen Führerschein weggenommen. Da muss man auch sagen, da bleibt dann auch irgendwie, außer jetzt bei Werner, ein gutes Bild der Polizei zurück, was ich auch ab und zu eigentlich ganz schön finde. Definitiv. Ja, tatsächlich. Also das war ja auch, die Polizistin war total nett, aber sie hat eigentlich auch das Falsche gemacht. Dich weiterfahren lassen. Aber wenn sie einfach sagt, hey, wir müssen nicht blasen, aber bitte hier einfach hinsetzen, Auto hinparken und bitte heimlaufen. Ja, genau, heimlaufen oder schlafen oder ähnliches. Aber keine Ahnung, ich glaube, sie war beeindruckt von der Tat oder von meinem, alle anderen waren halt nicht beeindruckt. Keine Ahnung, vielleicht. Laufi, aber es hilft ja nichts. Mein Sünder ist Sünder und Abbitter muss geleistet werden, damit du deinen Ablass bekommst. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt für dich. Zum einen hast du ja zwei, beziehungsweise, glaube ich, bis letzte Woche einen sehr erfolgreichen Podcast namens Das Ziel ist im Weg, oder den wir, glaube ich, beide mittlerweile persönlich sehr gerne hören. Das ist das zum einen. Zum anderen hast du jetzt vor kurzem mit Oli P. einen neuen Podcast gestartet. Dazu kommen wir dann später noch. Aber was mir aufgefallen ist, oder was mir immer wieder auffällt, wenn ich wirklich Das Ziel ist im Weg höre, ist, dass du, und deswegen war das vorhin bei der Anmoderation auch kein Scherz, du hast für mich die perfekte, wirklich die perfekte Podcast-Stimme. Dankeschön. Das ist so, wenn du das Reden anfängst, dann möchte man sich einfach hinlegen. Wie so ein Hund auf dem Rücken, alle vier Beine vor sich gestreckt. Ich habe mir auch überlegt, ob du Frauen wirklich zum Orgasmus redest, weißt du? Dass du gar nicht die Hände schmutzig machen musst, dir gar nicht die Hände schmutzig machen musst, sondern du redest sie einfach in den Orgasmus rein. Das ist wirklich eine sensationelle Sprecherstimme. Hast du das schon öfter gehört, oder bin ich der Erste? Ja, dankeschön. Ich habe das schon mal gehört. Das hat natürlich mit dem Podcast dann noch ein bisschen zugelegt, weil es einfach mehr hören, und ich wusste, dass ich einigermaßen irgendwie am Telefon sprechen kann. Aber natürlich zu dieser Orgasmus-Geschichte kann ich in diesem Fall sagen, ein Gentleman schweigt und genießt, genießt und schweigt. Das ist dann doppeldeutig gemeint. Und ja, also jahrelang Alkohol und Zigaretten bringen da so ein bisschen Volumen rein. Ja, total. Da bist du wirklich nicht der Einzige, weil wir kennen ihn alle, Metallica-Sänger, James Tedfield. Wenn man sich seine Stimme so mit 16, 17 Jahren anhört, dann klingt er wirklich sehr mädchenhaft. Und richtig, richtig männlich wurde er tatsächlich im Laufe der Alben, glaube ich, als dann ein paar Marlboros irgendwie so die Lunge runtergingen. Und auch ein paar Whisky-Kartons, würde ich sagen, oder Badewannen voll. Das bringt tatsächlich was. Unser Sänger Nord hat da auch gute Erfahrungen damit gemacht, sagen wir mal so. Ja, immer noch, immer noch. Also er arbeitet wirklich ganz hart daran, dass die Stimme immer tiefer und voller wird. Es gibt viele Sänger, die sich einsingen vor der Show. Er qualmt ein paar und schiebt sich da irgendwie seine Gin Tonics und Havanna-Colas runter. Genau, aber was ich mir jetzt gedacht habe, nachdem ich jetzt so die Verbindung mit deiner Stimme, und im Vorfeld haben wir uns beide mit dir beschäftigt, und es gibt eine großartige Instagram-Story von deinem Dad, von deinem Porno-Dad. Kann man das so sagen? Ja, 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 mein Vater, ja. Du hast einen Dad, genau, dein Papa ist in der Porno-Branche unterwegs gewesen, zumindest für ein paar Instagram-Stories. Zumindest für ein paar Instagram-Stories. Nein, mein Vater war nie in der Pornobranche, aber mein Vater hat mal auf WhatsApp aus Versehen sein Profilbild mit so einem Pornobild gepackt, was ich ihm, so ein Meme, was ich ihm geschickt habe und hatte das 20 Tage und hat all seinen ehemaligen Mitarbeitern und so weiter. Zu Weihnachten alles Gute gewünscht und hatte dieses Bild als sein Profilbild bei WhatsApp und hat das selber nicht gemerkt. Und dann hat Mickey Beisenherz ihn Porno-Dad genannt und hat in der Sternkolumne darüber geschrieben. Okay. Ja, Wahnsinn. Daraufhin kam es aber zumindest zu irgendeiner Instagram-Beef-Story zwischen Mickey Beisenherz und deinem Dad. Und jetzt habe ich in meinem Kopf drei Sachen zusammengebracht. Zum einen deine sensationelle Stimme, zum anderen irgendwie so den Ausdruck, den Wortschatz deines Dads bei dieser Instagram-Pornostory. Und zum dritten habe ich schon lange den Wunsch, dass wir so einen kleinen Teaser haben in diesem Beichtstuhl, den wir immer wieder mal so einspielen können, so ein 15 Sekunder. Und jetzt wäre deine Abbitte, dass du uns einfach mit Begriffen wie Bitches, Metal-Mäuse, Porno-Ratten, so einen kurzen Teaser einsprichst. Einmal natürlich per Audio, ganz klar. Und einmal machen wir das Ganze immer audiovisuell für die Stories am Sonntag. Da ist der offizielle Abblasstag. Dass du uns einfach aus der Sicht, aus der Beichtstuhlsicht praktisch, einen leckeren, pornösen Teaser einsprichst. Wie geil dieser Beichtstuhl ist. Also grundsätzlich, ja, mit deiner tiefen Stimme. Ich glaube, das könnte... Und das Video muss mein Vater machen. Du, es bleibt dir überlassen. Wenn du deinen Dad irgendwie die nächsten Tage triffst, hätten wir nichts dagegen. Würde auf jeden Fall viral gehen. Also bis wann muss ich was einsprechen? Also ich finde die Idee richtig gut. Mache ich gerne, damit mir meine Sünden vergeben sind. Aber ich spreche euch gern was ein. Da können wir dann über den Text nachher noch mal abseits des Mikros sprechen, was ihr da genau haben wollt. Aber das mache ich natürlich sehr gerne, wenn mir damit alle Sünden und ich damit endlich ins Paradies komme, wenn ich dann Ableben hinter mir habe, sozusagen. Ja, ja, wir sind relativ... Also wir sagen mal, leicht zu überzeugen. Irgendwie ins Geheime stehen wir auch total auf Sünden und Menschen, die immer nur das Gute tun, sind langweilig. Eigentlich sind wir der Einbrecher. Wir sind der Einbrecher und wir sind nicht Werner. Ja, wir sind nicht... Ja, Gott sei Dank sind wir nicht Werner. Okay, schön. Genau, lass uns alle... Vielen, vielen Dank. ...details dann im Nachhinein klären, oder? Vielen Dank, euer Ehren, euer Ehren sagt man auch... Das Plural ist euer Ehrenen... Nee, euer Ehren sagt man auch zu zweit. Unsere Ehren. Ja, ja. Nee, aber wie sagt man das, wenn das zwei Richter sind? Was würde man denn da sagen? Ach, scheiße. Aber gibt es... Achso, stimmt, Herr Kleiner, wenn du nämlich vom Europäischen Gerichtshof stehst, das sind ja auch, glaube ich, zu siebt oder so, ne? Ja. Ich glaube, es bleibt gleich. Eure Ehren. Klingt gut. Eure Ehren? Ja, eure Ehren. So, eure Ehrenin. Mit Sternchentext noch obendran. Vielen, vielen Dank. Ich kniehe auch natürlich, während ich die Vergebung hier empfange. Knie ich sowieso, seit ich angefangen habe zu sprechen. Im Podcast knie ich auf einem sehr harten Brett. Wollte ich gerade sagen. Hoffentlich auf Erbsen. Weißt du, so richtig dicke, ungekochte Erbsen. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das hat meine Oma mit mir früher immer gemacht, wenn ich gesündigt habe. Wirklich? Wirklich? Ja, tatsächlich, meine Oma war sehr, 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 sehr katholisch. Was? Du musstest auf Erbsen knien? Ja. Auf harten Erbsen oder was? Ja. Ach, Quatsch. Wenn ich einen richtigen Scheiß gebaut habe. Ja. Und wie lange hast du das mitgemacht? Ja, was heißt, wie lange hast du das? Als 35? Das letzte Woche. Als drei-, vierjähriges Kind, fünfjähriges Kind. Jetzt, wo wir sind. Ey, Entschuldigung. Machst du dir drüben keine Gedanken, wie lange du das machst? Du machst das halt so lange, wie da die Strafe geht. Aber, Entschuldigung. Keine Ahnung, es waren jetzt keine Tage oder Wochen, aber das war halt so zehn Minuten lang. So jetzt aber. Ja, ich fände es gut. Nee, das ist fürchterlich. Ein vier- oder fünfjähriges. Ein fürchterlich, das ist auch alles scheiße. Ein vier- oder fünfjähriges Kind. Ach, ich weiß nicht. Ey, das tut mir so leid. Das ist wirklich ohne Scheiße. Ich meine, sie wusste es wahrscheinlich nicht besser, weil sie es selber so erfahren hat. Aber das ist ja eine absolute Frechheit. So ein kleines Kind irgendwie knie mal auf Erbsen. Das ist, oh, Gottes Willen. Aber Leute, das sind Hardcore-Katholiken. Was will man da auch erwarten? Also das tatsächlich gibt's. Du musst dir auch so einen Charakter wie den Ost irgendwie einfangen. Irgendwie ein bisschen so wieder runterführen. Nee, nee. Die Frage, die Frage stellt sich tatsächlich... Das wirst du nicht mit guten Worten schaffen. Nee, die Frage, die sich stellt ist, war der Ost früher da oder waren die Erbsen früher da, weißt du? Ja. Haben die Erbsen nicht Ost zu Ost erst gemacht? Ja, ich glaube, die Erbsen sind schuld daran. Ja, das denke ich nämlich auch. Das ist eigentlich eine wirklich traurige Geschichte. Oh Gott. Ja, aber du, tatsächlich, also es gibt, ja, es gibt viele traurige Geschichten in meinem Leben. Kommen wir zu den Beichten. Lofi, wir würden jetzt weitermachen mit Süds Beichte. Kurz zur Erklärung, Süd ist eher so der Goodcork, dachten wir am Anfang. Ich bin der Badcork in der Runde. Was sich aber so in den letzten Wochen schon herauskristallisiert ist, dass eigentlich Süd die viel schlimmeren Beichten auf dem Kerbons halt hat. Deshalb bin ich gespannt, was du heute raushaust, Süd. Ja, heute ist es ein bisschen harmloser, ein bisschen harmloser, aber alles andere als okay, vor allem, weil sie leider noch gar nicht so lange her ist, die Beichte. Hier München, Karstadt oder Kaufhof, eins von beiden, eins von diesen Filialen, die jetzt bald alle geschlossen werden. Wahrscheinlich trage ich da auch dazu bei. Bin hingegangen, wollte neue Joggingschuhe, Laufschuhe kaufen, hab sie auch gekauft, bin damit nach Hause gegangen, hab schon beim Anprobieren irgendwie so gemerkt, vielleicht sind sie zu eng, aber egal, einfach mal losgerannt, schön durch den Matsch losgerannt, halbe Stunde, wieder irgendwie ein, zwei Tragtage vergangen, wieder losgerannt, wieder durch den Matsch, einfach losgerannt und diese Schuhe komplett eingeträgt und dann festgestellt, nee Leute, diese Schuhe sind leider einfach zu eng. Bin wieder zurück in die Filiale und hab gesagt, die Schuhe sind zu eng, die kann man doch drei Wochen, äh, doch drei Wochen, glaub ich, umtauschen. Und dann meinte der Verkäufer, ja, aber die sind, die schauen ziemlich gebraucht aus. Worauf ich ihnen erwiderte, nee, also ich hab die so bekommen, die waren so im Karton. Worauf er wieder gemeint hat, also das kann doch nicht sein. Also es ging wirklich sehr oft hin und her, ich war aber nicht 15, ich glaub mit einem 15-jährigen Jungen hätte man es nicht geglaubt, dann hätte man gesagt, pass mal auf, ich kann auch deine Eltern anrufen, du Bescheid, du belügst mir einfach. Ähm, ich war damals schon über 20, wie gesagt, das war gar nicht so lang her, vielleicht war ich auch schon über 30, ähm, hab's einfach durchgezogen, bis er dann wirklich schlecht gelaunt die Schuhe mir tatsächlich umgetauscht hat. Es war alles andere als von, äh, okay von mir und, ähm, deswegen möchte ich das oder hab ich das heute gebeichtet, ich glaub, ich hab's echt fast noch niemandem erzählt, weil die Story, find ich, ist echt ganz schön peinlich, auch neben meiner Freundin und so, weil ich glaub, die findet das eigentlich nur armselig. Ja, so wie ich, ich find das auch sehr armselig. Also ich möchte das, ich... Will ich auch nicht wieder machen, aber, ähm, ja. Ich finde das gut, dass du einem, ähm, mega kapitalistischen System einfach mal den Spiegel vorgehalten hast und, ähm, diese Schuhe, die, ähm, auch von Kinderhänden wahrscheinlich in Ferne Ost gemacht worden sind, dann einfach mal ein zweites Paar benutzt hast, um dann noch mehr Kinderhände, äh, dran arbeiten zu lassen. Oh, die Kinderhände darfst du jetzt nicht erwähnen. Ich bin, äh, also wirklich, ähm, du hast Arbeitsplätze gekostet, mehrere, ähm, äh, aber auch welche geschaffen in Ferne Ost. Finde ich gut. Ich hoffe, du schläfst schlecht. Ja, aber Lofi, ja, genau, also ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich frage mich, Lofi, welchen Ablass er leisten muss, ähm, um das irgendwie, um das irgendwie wieder hinzukriegen. Ich hätte was auf Lager. Ich habe auch eine sehr gute Idee. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Schuhe nähen, hoffentlich. Äh, äh, wollen wir, okay, du hast was auf Lager, ich habe aber auch eine sehr gute Idee. Na komm, dann hau du zuerst raus. Äh, ich müsste dazu nochmal fragen, wie viel Kilometer läufst du normalerweise? Also, ich laufe immer auf Zeit, ich bin anders als die anderen. Ich laufe immer 30 Minuten, egal, wie viel ich dann schaffe. Also, wenn ich total gesoffen habe, schaffe ich in 30 Minuten ein Kilometer, äh, wenn ich fit bin, eher sechs Kilometer. Läufst du mit so einer App? Nee, nicht mehr. Nur noch mit einer, so so einer Stoppuhr. Könntest du das für die App bitte machen, dass du einfach mal 60 Minuten läufst? Ja. Aber bitte in schlechtem Schuhwerk. Lofi, wir brauchen irgendwas. Entweder, 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 entweder Atletten. Wieso Schuhwerk? Ja, oder, genau, entweder barfuß, barfuß eine halbe Stunde, oder in schlechtem Schuhwerk eine halbe Stunde, genau, halbe Stunde barfuß, das ist es. Halbe Stunde barfuß durch München, Alter. Oder eine Stunde in Holzschuhen. Gestern war es auch warm, heute ist ja echt Winter. Eine Stunde in Holzschuhen. In so Holzpantoffeln, in so Klockerpantoffeln. Ja. Ja, in so Klocks, genau. Ja, also Stunde in Holzschuhen. Das habe ich keine. Mach mal barfuß, barfuß ist gut. Das reicht mir, das tut weh, es ist kalt. Ich werde erfrieren, ich werde sterben. Das ist, nee, es ist momentan überhaupt nicht geil. Das ist, glaube ich, wärmer als, als im Juni gerade, ich war den ganzen Tag draußen im Garten. Es ist ein perfektes barfuß Laufwetter, Alter. Halbe Stunde an der Isar, mit Maske, ach herrlich, ey, die werden dich verhaften, hundertprozentig, ey, geil. Und du musst es filmen. Wenn Werner das sieht, Alter, wenn Werner das sieht, bist du verhaftet. Du musst das, du musst das filmen. Ist es, ist es gut? Ja, ja, ja. Mega. Ja, es ist, es ist, es ist mega. Ja, ihr merkt schon, ich meine, dass ich nicht weiter widerspreche. Ich habe zu sehr Angst, dass was Schlimmeres kommt. Mega. Halbe Stunde barfuß an der Isar laufen. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Und vor dir läuft jemand und hat rohe Erbsen und rollt die aus. Nach 30 Minuten auf die Knie fallen, auf rohe Erbsen. Oh Gott. Ich glaube, ich, warte mal, das könnte, ich habe jetzt zwar irgendwie auch schon einen kleinen Ablass aufgeschrieben von Ost, aber das könnte tatsächlich nochmal so ein Ablass von Ost werden. Ach, klar. Das war jetzt erst mal herzellend. Ja, dann lass direkt, direkt mal mich ran. Ich möchte auch heute was beichten, was mir schon lange wirklich auf der Szene liegt. Und zwar genauer gesagt, seitdem ich 16,5 Jahre alt bin, es geht nicht um ein einziges Ereignis, es geht um eine Phase in meinem Leben, die möchte ich heute komplett am Stück loswerden. Es ist praktisch schon eine Sammelbeichte. Und zwar geht es um meine Ausbildung. Ich war, ich habe, ich kam darauf, weil du, Lofi, wie gesagt, irgendwie durch viele Berufe schon gegangen bist, da habe ich mir gedacht, Mensch, so viele Berufe hatte ich eigentlich gar nicht so von meiner Musikerkarriere, sondern habe einfach klassisch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht bei der Firma Rosenthal. Ich weiß noch, ob die Rosenthal was sagt. Rosenthal ist eine Porzellanfirma. Ja, doch, doch. Die Porzellan herstellt. Weltberühmt. Ich doch nur, ich habe doch nur Rosenthal-Porzellan hier. So, ich tatsächlich auch, eine großartige Firma, wenn man sich für Porzellan interessiert. Allen anderen geht es relativ am Arsch vorbei und sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum man 60 Euro für eine Tasse zahlen soll. Aber wie gesagt, für einen Liebhaber ist das wirklich was richtig Feines. Und ich habe in dieser Firma, weil die direkt hier ums Eck ist bei mir, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Und ich möchte mich einfach dafür entschuldigen, beziehungsweise von euch irgendwie das erlassen bekommen, dass ich der schlechteste, und ich betone wirklich, der schlechteste Azubi aller Zeiten war. Ich habe, ich bin in dieser Firma, also ich habe die ersten drei Monate mich noch irgendwie reingequält und habe versucht, ein guter Azubi zu sein. Also spätestens nach einem halben Jahr wusste ich, das Ding, was ich jetzt hier gerade mache, das wird nicht das sein, was mein Leben bestimmen wird, ja. Ich werde so schnell und sobald es nur geht, sobald ich diesen Ausbildungsschein in der Hand habe, hier verschwinden und irgendwie meinen eigenen Weg machen und irgendwas anderes im Leben tun. Aber von zu Hause aus war einfach die Ansage, ey, Ausbildung und dann darfst du machen, was du willst. Du, ich bin aufs Klo, während der Arbeitszeit, habe gepennt, bin teilweise eingepennt, auf der Toilette und habe dann eine halbe Stunde, 90 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten gepennt, kam total verschlafen wieder. Habe, während der Chef mir was erklärt hat, kann mich noch in zwei Situationen erinnern, während der Chef mir was erklärt hat, was anscheinend wichtig war in der Personalabteilung damals, bin ich eingeschlafen. Mir sind die Augen zugefallen. Ich bin, ich habe mich aus dem Büro verabschiedet, bin ziellos, das war eine relativ große Firma mit vielen Hallen so, in denen, keine Ahnung, Porzellan geformt, gebrannt, verpackt wurde und so weiter. Und bin da einfach durch diese Firma planlos einfach rumspazieren, rumspaziert, war tatsächlich, das war dann so nach eineinhalb Jahren, als ich immer mutiger wurde während meiner Ausbildungszeit, ähm, was ich noch so anstellen kann, ähm, war ich, war ich Dauergast bei Doc Hollywood. Wir hatten hier bei uns, ähm, im Dorf, ähm, oder in der Kleinstadt, ähm, einen Arzt namens Lito Minsky, äh, unter, unter faulen Azubis, auch gerne Doc Hollywood genannt, ähm, da saß ich wirklich regelmäßig am Montag, äh, morgen dort und hab Bauchweh vorgetäuscht und Durchfall und Kopfweh vorgetäuscht, sodass ich mal wieder irgendwie eine Woche, ähm, krankgeschrieben war. Rekord war wirklich wegen Bauchweh drei Wochen zu Hause. Tatsächlich. Wahnsinn, ja. Kein Scherz. Und, und, Moment, ganz kurz, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, äh, das war so ein, zwei Monate, bevor ich wirklich dann, ähm, die Ausbildung, ich frag mich bis heute wie, aber ich hab sie geschafft, ähm, dann, äh, den Ausbildungsschein in der Tasche hatte, ähm, hab ich Kiffen für mich entdeckt und bin dann in der Mittags, ja, genau, bin dann immer in der Mittagspause nach Hause, äh, die dauerte eine Dreiviertelstunde, also von, von 12 Uhr bis 12.45 Uhr und hab in diesen, äh, in diesen 45 Minuten jeweils zwei Bonks immer durchgezogen, also direkt eine, bevor ich, also als ich nach Hause kam, äh, von der Firma, ich hab so drei Minuten gebraucht, bis ich zu Hause war und eine, bevor ich, äh, wieder zur Arbeit ging und kam dann wirklich nach der Mittagspause um, um, äh, Viertel vor eins mit so kleinen Schlitzen statt Augen, also ich hab mich in, in einen Asiaten verwandelt, äh, nach der Mittagspause und frage mich bis heute wirklich, ohne Scheiß, ich frage mich bis heute, warum niemand, weder von meinen Vorgesetzten noch von meinen Arbeitskollegen jemals ein Wort darüber verloren hat, sie haben nie was gesagt und das ist mir so peinlich, dass wenn ich Leute immer noch, ich hab ja immer noch Bekannte, die da in dieser Firma arbeiten, ähm, wenn ich die immer noch treffe, dann schäme ich mich so richtig, äh, für diese Zeit, ich möchte nicht drüber reden, ich kann mit denen wirklich über alles andere sprechen, Wetter, äh, Fußball und Lottozahlen, aber ich spreche nicht über meine Zeit als Azubi bei Rosenthal, äh, und ich möchte euch bitten, mich jetzt zu bestrafen, damit ich das endlich, äh, los hab von meinen Kehrpols und, ähm, genau, endlich, endlich ein freier Mensch sein darf. Ich habe noch eine Frage, mein Sohn. Ja, unbedingt, äh, Vater. Hast du auch mit der, mit der, mit der Stechuhr, äh, hast du, gab es eine Stechuhr? Selbstverständlich gab es eine Stechuhr. Und da hast du natürlich auch die Stechuhrzeiten so manipuliert, dass du auch Überstunden hattest und, äh, später auch, hast du andere für dich abstempeln lassen? Nee, das, tatsächlich, das, da, da, da hat mir das technische Know-how gefehlt, das hab ich, da war ich einfach zu dumm und so, äh, zu bekifft anscheinend dazu, was ich aber schon wirklich geschafft, ich hab ab und zu mal geschafft, Überstunden zu machen, weil ich einfach dann später aus der Firma rausging. Weil du dann auf dem Klo noch geschlafen hast, natürlich. Also, ja, noch mal eingeschlafen hast, ja. Erstmal möchte ich dich loben, auch, dass du ein, ähm, hyperkapitalistisches System zerstörst. Eine, eine große Firma, die, die etwas herstellt, äh, da wie so ein kleiner Terrorist, ähm, da denen die Zeit geklaut hat. Und innen zitieren. Ja, genau, das, das möchte ich natürlich loben, erst mal, äh, andererseits muss es der Konsument bezahlen, weil das Porzellan durch dich auch teurer geworden ist. Also, äh, du schadest, äh, den, den Omas und Opas, die, die diese Sammelteller, ähm, jetzt, äh, für drei Euro teurer kaufen müssen, weil man dich bezahlen musste. Und, ähm, andererseits klingen Teile davon wie meine Lehre zum Flugzeugmechaniker. Ich hab mich, äh, da gab es, äh, gab es, äh, große Container, in denen Putzlappen waren. Also, frische Putzlappen aus so Sweatshirt-Stoff. Boah, das klingt nach einem bequemen Schlafplatz, Alter. Das ist der beste Schlafplatz der Welt. Das klingt nach einem bequemen Schlafplatz. Ja, wirklich. Ihr müsst euch vorstellen, das ist, du, ihr schläfst in zerrissenen Sweatshirts. Das ist das Bequemste, was man machen kann. Kann man Stunden drin verbringen. Also, ähm, dementsprechend, äh, 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 ich hab's, äh, also, es ist schon, es ist schon, ja, ich kann das verstehen, dass dir die Zeit unangenehm ist. Und, ja, ich weiß nicht, äh, was, was kann man, äh, diesem Mann als Strafe geben? Na, ich, 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 also erstmal, man kann der vergeben. Und wenn jemand vergeben kann, dann natürlich wir beide, ja. Ähm, aber ich, ich hab jetzt echt grad dieses Bild, ähm, wie du als Kind auf rohen Erbsen kniest, immer noch vor mir. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist die beste Art und Weise, Reue zu zeigen. Äh, das muss man machen. Also, außer Lofi, du hast irgendwie was Passenderes oder Besseres. Ja, ich, 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 ich hätte noch, ich hätte noch was Besseres. Also, also, was Besseres vielleicht nicht, aber vielleicht machst du es einfach in gekochten Erbsen, die du nachher essen musst. Aber, aber die gekochten sind ja weich, die tun ja nicht weh, ne? Naja, wir können es ja folgendermaßen machen. Erst darauf, dann essen. Wir können es ja folgendermaßen machen, es kommen rohe Erbsen in einen Teller, da drüber kommen gekochte Erbsen, ähm, und darin musst du knien für, für so, ich sag mal, wie viele Minuten? Wie lange waren die Lehrjahre? Dreieinhalb Jahre? Ne, ich hab verkürzt auf zweieinhalb. Das sagst du jetzt nur. Du hast wirklich verkürzt mit dieser Leistung? Ich hab wirklich verkürzt auf zweieinhalb, ja, ja, genau. Das lag aber, glaube ich, eher an meiner Schulzeit, weil die irgendwie so halbwegs vernünftig ausgefallen ist. Und deswegen duftig. Sie wollten ihn loswerden, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, doppelte Anzahl in, in, äh, in Jahren, an Minuten. Ach Gott, das klingt nach fünf Minuten, hey. Ja, fünf Minuten, das klingt wirklich nach fünf Minuten auf rohen Erbsen, wo drüber gekochte Erbsen drüber sind. Hast du, hast du genau mitgeschrieben, wie das dann abläuft? Also erst rohe, dann gekochte und beides und danach noch essen, ja? Hatten wir das so? Ne, 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 also ich, ich verstehe das so. Ich hab die rohen Erbsen, da drauf kommen gekochte Erbsen, von mir aus mit einem, keine Ahnung, mit einem, ähm, Geschirrtuch dazwischen. Ähm, und dann muss ich aus diesem Geschirrtuch auch noch die rohen Erbsen, damit, damit die, die, die Demütigung perfekt ist, ja? Äh, ja, ja, ja. Darf ich noch diese, diese kleinen, ähm, gekochten Erbsen auch noch rauspulen? Ja, alles klar, Leute, ich mach's von mir aus. Ist mir scheißegal, wenn diese zweieinhalb Jahre damit endlich, endlich vorbei sind und ich wieder ruhig schlafen kann, mach ich das. Ich würde noch vorschlagen, dass du einen aus deiner Lehre noch anrufst, also einen aus deiner Lehre noch anrufst und ihm die Geschichte erzählst. Und, oder einfach sagst, hey, wieso sprechst du ja nicht mich an, äh, nie an irgendwie über diese Sache? Ich war ja echt dauernd truff und hab irgendwie gar nichts gemacht und bin überall eingeschlafen. Ich möchte einfach nochmal mit euch drüber sprechen. Ohne Scheiß, das, tatsächlich hab ich mir das schon öfter gedacht, weil ich treff, ich treff meinen ehemaligen Chef des Öfteren beim Einkaufen. Chef ist ja noch besser, das wäre der Wahnsinn. Er sieht mich und ich sehe ihn und ich weiß ganz genau, was er denkt, ja? Ach, das ist doch perfekt. Ich weiß, da ist dieses faule Stück Scheiße, das damals zweieinhalb Jahre unter meinen Fittichen irgendwie so rum, so getan hat, als würde er irgendwie hier eine Ausbildung machen. Okay, dann folgender Vorschlag. So oft, ja? Folgender Vorschlag. Nein, ich kann mit ihm nicht reden, ich würde nicht mit ihm reden, Leute, bitte nicht. Welcher Supermarkt ist das? Was ist das für ein Supermarkt? Rewe. Haben die so einen Aushang mit, ich verkaufe und ich helfe? Nee, haben sie nicht, auf keinen Fall, das gibt es bei uns nicht. Die haben den, die haben diesen Aushang. Ich möchte, dass du diese Folge dort empfiehlst für alle Rosenthal-Mitarbeiter, hört euch diese Folge an. Also so einen kleinen Aushang und dann genau sagen, Beichtstuhl, voll gesund so, hört sie euch an, es tut mir leid. Aber inkognito. Ja, natürlich. Genau, aber einfach dran schreiben. An alle Rosenthal-Mitarbeiter, bitte folgenden Podcast hören, Beichtstuhl, voll gesund so, es tut mir leid. Ich entschuldige mich für alles. Ach, scheiße, Alter, das ist ja krass. Nein, das kann ich nicht machen. Das ist jetzt, jetzt wird es persönlich. Das ist harmlos. Jetzt wird es persönlich, das kann ich nicht machen. Es wäre gut, es wäre gut, aber ich, boah. Und Rosenthal ist bestimmt jetzt auch in der Krise, oder wie geht es dir denn jetzt? Nein, ihr müsst es euch anders vorstellen, Rosenthal ist die Bild-Zeitung, oder andersherum, Bild-Zeitung ist ein Scheiß gegen Rosenthal. Wenn irgendwie an einem Ende sich Herbert an der Modelliermaschine den Zehennagel bricht, dann weiß er, bevor seine Frau erfährt, hinten die Putzfrau, die die Kartons verpackt oder sauer macht, wirklich auf der, 400 Meter weiter in der anderen Halle, schon vor seiner Frau. Das ist, da ist Flurfunk, ist da gefunden worden oder erfunden worden. Wenn ich das Ding mache, dann hat meine, meine Mama arbeitet immer noch bei Rosenthal, die hat keine frei, also die hat, die wird einfach beleiden müssen. Dann kennen die den Podcast doch sowieso. Ja, kann sein. Ja, lass mich mal drüber schlafen, naja, wenn Ablass ist Ablass, naja, ich habe eh keine andere Wahl, ich muss, oh Gott. Naja, es reicht ja ein Foto, wie lang der Aushang da gehangen hat, es muss einen Tag da hängen, du kannst ihn danach wieder abnehmen. Alles klar, gut. Ey, ich lasse mich drauf ein, ich lasse mich drauf ein, alles klar. Ich wusste, dass es irgendwann so endet. Ich wusste, dass diese Scheiße irgendwann genau an diesem Punkt endet, wo es wirklich dann persönlich und peinlich wird. Und wo ich dann in drei, vier Wochen ausziehen muss hier aus diesem kleinen Kaff. Okay, Leute, vielen Dank, Lofi, das war sehr schön. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ganz kurz Musik. Musik kommt in diesem Podcast nur von einer Band aus reiner rechtlichen Gründen. Wir dürfen nur Hämatum spielen hier, würden natürlich gerne alles andere spielen. Dürfen wir aber nicht. Das heißt, wir machen ganz kurz Musik und hören uns gleich wieder. Oh Gott, was für eine Sauerheit, da bleiben sicher Narben. Regelt das für mich diskret, ich muss zum Kindergarten. Und verdächtigt den Abteilungsleiter, Hinten auf dem Klo. Bis Montag ist hier aufgeräumt, wir sehen uns im Büro. Und wir sind wieder zurück mit unserem Gast Lofi. Lofi, wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Du bist ja eigentlich Überlebenskünstler. Ist es Überlebenskünstler, wenn man ganz viel geschafft hat? Oder ist es das, was ich mir als Kind gedacht habe, es gibt so viele interessante Dinge auf der Welt. Wäre eigentlich geil, wenn man immer so alle zwei Jahre was Neues machen würde. Naja, Überlebenskünstler sind ja eher so Rüdiger Nehberg, Gott habe ich in Selig, der so Käfer isst und durch einen Amazonas schwimmt. Und ich habe einfach so Lust gehabt, viele Sachen auszuprobieren und auch zu gucken, ob ich die kann. Also das ist ja in ganz vielen Dingen so, dass ich dann merke, okay, ich kann es ein bisschen und dann reicht es auch. Also so wie Gitarre spielen reicht so weit, dass ich irgendwie ein Lied spielen kann, um ein Mädchen am Lagerfeuer zu beeindrucken. Das war so das Ziel und das hat auch gereicht und zu mehr hat es eben nicht gereicht. Und ich habe ganz viele Sachen einfach ausprobieren wollen, weil ich gucken wollte, ob das geht und ob man das kann. Und ich habe verschiedene Firmen gegründet, ich habe Firmen an die Wand gefahren, ich habe Firmen erfolgreich verkauft und ich habe Firmen weniger erfolgreich verkauft. Sagen wir mal noch genauer, nenn mal ein, zwei, drei Firmen. Die kennt man alle nicht, aber ich habe mal eine sehr große Internet-Ergebung. Nee, aber thematische Firmen. Achso, ich bin Kind der New Economy, ich habe so Webseiten gebaut 1995 und dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet, eine mitgegründet oder war Gesellschafter, die dann verkauft. Dann habe ich ein eigenes IT-Unternehmen gegründet, also verschiedene Sachen. Ich habe dann irgendwann, bin ich in die Beratung gerutscht. Ich war mit 30, aber hatte ich einen riesen Schuldenberg mit dem Crash der New Economy und ja, aber das ist halt so, irgendwann hatte ich dann Beratung satt und habe mir eine Fernsehsendung ausgedacht, die habe ich dann zwei Jahre auf Ibiza produziert. Geil, welche war, darf ich kurz reingretschen, welche war das? Poker Island hieß die. Poker Island ging darum, dass sich Menschen in die Welt eines Pokermillionärs hineinpokern können und das war sowohl ein Webprojekt als auch eine Fernsehsendung, ist in irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 37 Ländern oder sowas gezeigt worden. Und in Deutschland auch? Ja, ja, in Deutschland auch. Ich glaube, war es Sat.1, ich glaube es war Sat.1 und ich weiß nicht, ob es Österreich Sat.1 war und Deutschland D-Max. Ich kriege es nicht mehr zusammen, ist auch bunt vernebelt. Wenn man auf Ibiza lebt, ist einiges sehr bunt vernebelt, muss man einfach mal so sagen. Das waren zwei interessante Jahre und ja, heute produziere ich Podcasts seit zwei Jahren, das ist, oder mein Podcast gibt es jetzt seit zwei Jahren, das Ziel ist im Weg und das ist wirklich wunderbar, was aus dem Nichts zu erschaffen und zu gucken, ob das funktioniert und zu sehen, dass es funktioniert. Und dass ich jetzt auch von Podcasts leben kann, also den Produktionen, die ich noch mache und meinem Podcast, den Werbeeinnahmen und natürlich mit meinem neuen Podcast, der riesen Spaß macht, den ich mit Oli P. zusammen mache. Ich habe dich trotzdem lieb. Warte mal, hier ist was runtergefallen, das muss ich mal eben aufheben. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, weil wir da auch thematisch versuchen, nicht der nächste Laber-Podcast zu sein, sondern in unserer Welt, wo es eigentlich nur schwarz und weiß gibt, das bunte Grau in der Mitte zu beleuchten. Und wenn man als Freunde unterschiedlicher Meinung ist, darüber diskutieren kann und am Ende sagen kann, ich habe dich trotzdem lieb. Und das ist halt das, was wir gedacht haben, was so ein bisschen fehlt. Und das würde mich freuen, wenn ihr da alle, ihr da draußen mal da reinhört und uns auch gerne Feedback gibt. Und ja, ansonsten ist das wahnsinnig toll, selbstbestimmt zu arbeiten, gerade keine Verantwortung für Mitarbeiter zu haben und das zu machen, was Spaß macht, mich mit Menschen zu unterhalten. Also das ist ja das Hauptding. Ich meine, wir haben uns ja auch kennengelernt und ich bin ein Menschenmensch, mich interessieren Menschen mehr als Geld oder ähnliches. Und aus Gesprächen kommt man ja auch immer raus und lernt was für sich selber. Wenn dir jemand eine Geschichte erzählt, haben wir heute gelernt, Werner ist ein Schwein. Aber genau, du bist auch, glaube ich, mit Micky Beißenherz, bist du nicht mit ihm auch auf Tour? Ja, wenn es eine Tour geben würde, wäre ich jetzt auf Tour. Das ist ein Sidekick, oder? Auf der Bühne, oder wie ist das? Genau, ja, ja. Ich habe vor dann jetzt zweieinhalb Jahren meine Firma verkauft. Ich hatte eine IT-Firma, die habe ich in Anführungsstrichen erfolgreich verkauft. Also nicht mit Schulden, sondern weil ich keine Lust mehr hatte. Und kurz danach hat mich Micky gefragt, Mensch, willst du nicht auf Tour gehen? Und ich plane nächstes Jahr eine Tour. Hast du nicht Lust dazu? Und das hätte ich nicht, ich hätte da nicht Ja sagen können, wenn ich diese Firma noch gehabt hätte. Sondern ich hatte da gerade nichts zu tun und habe einfach gesagt, ja, klar. Aber auch irgendwie so der totale Quereinsteiger, oder? Oder warst du vorher schon auf der Bühne gestanden oder auf Bühnen gestanden? Ja, ich habe mal mit, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern an die wunderbare Band The Aroma Boys. Das war eine, ich sage jetzt mal, Comedy-Schlager-Kombo. Ja. So auch im Jahr 2000. Könnt ihr mal auf YouTube suchen. Da wiege ich, glaube ich, 70 Kilo. Also vielleicht auch 65, man weiß es nicht. Sehr wenig, wenn man die Videos sieht. Und wir sind damals so über die Comedy-Bühnen gewandert und haben so Lieder gesungen wie Ich glaube an Gott, damit ich nicht schuld bin. Damit ich nicht schuld bin, glaube ich an Gott. Und was hatten wir noch für Stücke? I speak English like a one. Der größte Erfolg war, dass wir rausgeflogen sind zum Vorentscheid, vom Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Damals noch durften Medienmagazine die Kandidaten stellen zum Vorentscheid. Und wir sind bei der Bild-Zeitung gegen Elmar Brandt rausgeflogen. Den Kanzler-Imitator. Ganz fürchterlich. Okay. So und dementsprechend habe ich schon mal auf der Bühne gestanden, ja. Genau. Und sagen wir mal jetzt, genau, das Zinni ist im Weg, das werden viele kennen. Das relativ oder sehr erfolgreich ist, dass da auch viele, viele Gäste, man hat gesagt, Micky Beisenherz ist da oft, Arce Schröder, aber auch Lotto King Karl, Lisa Feller und so weiter. Was habe ich denn heute gehört? Ich habe heute mit Tobi Schlingel, sehr gute Folge. Tobi Schlingel kommt auch mega sympathisch wieder, muss man sagen, ne? Ja, krasser Typ auf jeden Fall. Weil ich meine, diese Entscheidung zu treffen, wenn du einen sicheren ZDF-Vertrag hast, mit dem du normalerweise in die Rente gehst. Also der ist ja auch, ich sage jetzt mal, sechsstellig dotiert, schätze ich mal, im Jahr sich plötzlich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ich möchte Notfallsanitäter, also auch nicht nur Rettungssanitäter, sondern Notfallsanitäter werden, weil ich was Sinnvolles machen möchte. Davor habe ich einen riesen Respekt, also die Folge ist auch mega gelaufen, war auch sein erstes großes Interview, seitdem er das gemacht hat, weil er dann in der Zeit keine Interviews gegeben hat und jetzt dieses Buch geschrieben hat, Schockraum, was ich sehr empfehlen kann. Er ist ein ganz toller Typ und es ist halt toll zu sehen und diese Gespräche zu führen, also weil du aus jedem wirklich was mitnimmst. Ja, total, also genau, war echt sehr interessant. Und jetzt hast du mit Oli P. seit dieser Woche, seit letzter Woche, einen neuen Podcast. Ich habe dich trotzdem lieb, was du gerade schon erzählt hast. Sag mal, wie geht es Oli P. eigentlich? Oli P. ist in den 90ern ja ein riesen Star gewesen. Wirklich von, es gab glaube ich keinen Tag, an dem er nicht im Fernsehen aufgetreten ist oder irgendwie seine Cover-Songs nicht im Radio liefen. Wie geht es dem eigentlich? Was treibt der denn zu? Also das befragst du ihn am besten selber. Ich gebe die Nummer gerne weiter. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob ihr mit ihm sprechen dürft. Und natürlich kann ich jetzt schon mal sagen, der kommt zu euch zu Gast, wenn ihr ihn wollt. Ja, unbedingt. Oli P., oh geil, Oli P., Alter. Da könnt ihr ihn selber fragen, aber es geht ihm sehr gut. Also ich glaube, der hat noch in der Zeit CDs verkauft, als CDs verkaufen auch noch Geld gebracht hat. Und der hat es nicht schlecht angestellt. Das Interessante ist ja, und das ist ja der Unterschied zwischen mir und ihm, was ja auch so, der trinkt halt keinen Alkohol, der hat noch nie Drogen genommen. Der weiß halt auch, wie man sein Geld zusammenhält. Okay, also auch das Gegenteil von uns beiden, meinst du. Aber wisst ihr, um jetzt ganz kurz anzuschließen an meine Beichte, es gibt wirklich einen einzigen Song, den ich total, also wenn ich an diese Zeit bei Rosenthal in diesem Großraumbüro denke, dann denke ich immer an Flugzeuge in meinem Bauch von, also ursprünglich Grönemeyer und dann von Oli P. gecovert in den 90ern. Das ist für mich der Song, das ist mein Soundtrack zu meiner beschissenen Ausbildung. Deswegen schließt sich da der Kreis. Wenn du das wirklich einfädeln kannst, hier Oli P. zu Gast im Beichtstuhl, es würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen. Ja, das kriegen wir hin, aber achte nochmal drauf. Der Song, den Oli P. gesungen hat, hat einen anderen Text als der von Grönemeyer. Durfte er das? Das ist, glaube ich, nur eine Frage. Ja, ja, nee, da ist wirklich, der Text ist komplett geändert. Natürlich durfte er das, weil dazu muss man ja den Urheber fragen, ob man das darf. Ja, genau. Und dementsprechend, in diesen Nesseln habe ich mich schon gesetzt, indem ich den Grönemeyer-Text ihm mal geschickt habe und ihn gebeten habe, das doch auf Französisch mal zu übersetzen. Es ist ein Running Gag, aber es ist auf jeden Fall, Achtung, es ist ein unterschiedlicher Text. Okay, aber es klingt auf jeden Fall total spannend, weil ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, dass so nach dem Motto Good Cop, Bad Cop, ihr, glaube ich, wirklich aus zwei komplett unterschiedlichen Lagern kommt, beziehungsweise ohne ihn jetzt zu kennen, ja, und ohne dich näher zu kennen, aber so aus dem, was du jetzt gerade erzählst, dass es halt total konträre Lebensentwürfe sind. Und finde ich gar nicht so schlecht, finde ich, in einer Zeit, wo wirklich alles so polarisiert gerade und es wirklich, egal ob Trump oder Biden oder bei uns, die Linke und die AfD, wie auch immer, das ist alles sehr konträr zueinander gerade, finde ich einen sehr guten Ansatz tatsächlich. Ja, wobei das nicht so klare Rollenverteilung ist, weil jeder ist mal Bad Cop, ich kann jetzt schon mal verraten, Oli P. ist Stehpinkler, ich bin Sitzpinkler und ihr könnt ihn gerne mal fragen, warum. Oh, das hätte ich tatsächlich andersrum erwartet. Ja, und ihr könnt ihn gerne mal fragen, warum niemand mit ihm Bus fahren möchte. Das bitte nur mal nebenbei. Okay, warte mal, ist notiert. Warte mal, ich notiere es gleich. Aber welchen Bus meinst du denn? Meinst du, also einen kleinen, einen neuen Sitzer? Grundsätzlich, niemand möchte mit Oli P. Bus fahren. Okay, apropos Bus, was auch eine mega interessante Story ist, ist tatsächlich, dass du deine Interviews nicht einfach in einem Studio aufnimmst, deine Podcast-Sonnen in einem umgebauten Wohnmobil, auch Tonmobil genannt hast. Goldenen. Ja. Genau, wie kamst du denn eigentlich dazu? Das heißt, du hast da einfach, es ist wie irgendwie so ein geiles Ami-Schlachtschiff, in das du irgendwie ein Tonstudio reingebaut hast, oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich meine, das Schöne ist, so ein Wohnmobil hat ja von Hause aus, wenn es gut ist, eigentlich eine sehr gute Dämmung. Also, das ist ein sehr trockener Raum, wie wir Sound-Ingenieure sagen. Akustik, ja? Ja, die Akustik ist halt mega, weil du willst ja nicht in einer Blechhütte wohnen. Das heißt, die haben normalerweise schon Teppich unter der Decke und es ist alles sehr flauschig, dass es sehr trocken klingt. Und dementsprechend, ich wollte mit dem großen Wohnmobil, das ist ein 11,70 Meter Winnebago, ist viel zu groß, wollte ich eigentlich ja auch durch die Gegend fahren, das hat sich als Blödsinn rausgestellt, weil das Ding einfach zu groß ist für deutsche Straßen. Ja. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Version des Tonmobils, das ist so ein Goldener GMC-Van, also ein A-Team-Van. und der wird jetzt langsam zum Tonstudio, das beichte ich auch das erste Mal hier, das ist auf Dauer. Du sitzt gerade im Bus? Große, nee, ich sitze nicht im Bus, ich habe mir hier, ich habe auch ein Studio in diesem Haus im Westflügel aufgebaut, da musste ich sehr weit laufen, durch die Halle hinaus und dann bin ich über den Hermelin gestolpert, um hier nochmal Helge Schneider zu zitieren, an der Currywurstbude vorbei. Ich habe mir schon ein Studio hier zu Hause aufgebaut, weil jetzt gerade im Winter dann immer für Aufnahmen in den Bus zu gehen, ist das natürlich auch. Aber ich mache die Aufnahmen, die Interviews alle in dem Bus, also dann fahre ich auch zum Menschen. Ich fahre jetzt am Freitag, wann kommt die Folge hier raus? Die kommt nächsten Dienstag, Dienstag ist der Beichtstuhltag. Genau, dann bin ich schon da gewesen, ich fahre jetzt am Freitag, treffe ich Michael Mittermeier, den hole ich am Hotel ab und dann fahren wir irgendwo in den Hafen und nehmen da auf in dem goldenen Bus und war jetzt gerade drei Tage in Berlin damit und habe in der Mercedes-Benz Arena ganz tolle Menschen aufgenommen, das fängt ab nächster Woche an, das Ziel ist im Weg mit den Aufnahmen aus Berlin in der Mercedes-Benz Arena, ganz, ganz interessante Menschen dabei, die eben in Berlin wohnen. Seid gespannt, große Namen, sag ich nur. Ist auch ein super Konzept, finde ich. Also das dann auch noch in dem Bus, der durch die Gegend fährt, geil. Schön. Lofi, es war eine spannende Stunde, sehr unterhaltsame 60 Minuten wirklich, vielen Dank, dass du da warst. Wir würden jetzt nochmal ganz kurz einen Song spielen, tatsächlich der besten Band der Welt, in diesem Fall ist das Hämatom und dann würden wir uns noch ganz kurz über unsere Playlist drüber machen. Da darf sich jeder, der in diesem Podcast zu Gast ist, inklusive uns beiden, einen Song wünschen und den da drauf knallen. Bis gleich. Wir waren Helden unserer Zeit, ein Teil der Ewigkeit. Lichterloh, wir planten Lichterloh, ich trag das alles noch in mir und geb es niemals wieder her. Ja, wir planten Lichterloh, halt doch die Asche in der Hand. Es bleibt ne unvergessene Zeit. Wir standen Lichterloh, Lichterloh, Lichterloh in Flammen. Und wir sind zurück, wir werden noch ein bisschen kurz musikalisch, weil wir alle drei, kann man ja sagen, auch Musiker sind. Irgendwann, Irgendwie, Irgendwo. Und ich würde auch sagen, in diesem Bereich, in dieser Kategorie, darf auch unser Gast das erste Wort haben. Hast du irgendwas für unsere Playlist? Das ist eine sehr lange, eine kunderbunte Playlist, die eigentlich gar nicht kunderbunt sein kann. Also Jazz, Klassik, Hip-Hop, Rock, Metal, alles, alles, auf was du Bock hast, alt, ganz frisch, was du auch irgendwie musikalisch gerne an unsere Hörer weitergeben möchtest, darfst du jetzt auf diese Playlist hauen. Ach, das ist toll, dass ich meine eigenen GEMA-Zahlungen jetzt beeinflussen kann. Darum geht's doch. Mit den Aroma Boys haben wir ein Lied gehabt, das hieß »Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin«. Und das haben wir zusammengeschrieben mit dem lieben Frank Ramon, der Textdichter ist und Komponist, unter anderem Roger Cicero und Annette Louisanne. Und mit dem haben wir das damals geschrieben und dann haben wir das auch performt, haben das auch mal aufgenommen. Ist aber nie irgendwo veröffentlicht worden. Und irgendwann rief er mich an und sagte, du sag mal, habt ihr was dagegen, wenn Barbara Schöneberger dieses Lied als erstes Single rausbringt? Ach, hör auf. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben den nochmal umgetextet mit meinem Bandkollegen Heinrich von Hansam. Und genau diesen Song hätte ich gerne auf der Playlist von Barbara Schöneberger »Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin«. Und das Interessante ist halt wirklich, wenn so jemand Fremdes ein Lied von dir singt und spielt und du auf dem Konzert eingeladen bist. Ich war dann eingeladen auf einem Konzert in der Leis-Halle, wo sie das gespielt hat. Das ist auch wirklich schön gespielt, wirklich tolle, tolle Band dabei gewesen. Und da kriegt man eine Gänsehaut, die man nie wieder vergisst. Also wenn man das vor mehr als tausend Leuten, so dein eigen getexteter Song gespielt wird, von jemand anders. Deswegen Barbara Schöneberger »Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin«. Du, und man muss auch dazu sagen, Barbara Schöneberger ist halt auch so eine der Besten in Deutschland, muss man einfach ganz klar so sagen. Sehr sympathisch, professionell, gut aussehen. Und finde ich auch künstlerisch, tatsächlich. Das ist ja, ich glaube, die allererste Single, mit der sie damals rausging, als sie ihre Musikkarriere angeteasert hat, war sie bei Harald Schmidt zu Gast und ist damals mit dem Song raus »Jetzt singt sie auch noch«, was eigentlich schon demartig mega gut ist. Und da war der Song aber auch noch gut. Ja, das ist aber auch die Single-Auskopplung. Das ist auf der Platte »Jetzt singt sie auch noch«, ist das die erste Single gewesen »Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin«. Geil. Also echt, ohne Scheiß, das ist ein Schulterklopfer von mir nach Hamburg. Da kann man sich irgendwas drauf einbilden, wenn Barbara Schöneberger irgendwie den Song von einem singt und auch nur den Text übernimmt. Das ist gut. Machen wir sehr gerne. Ja, da hat dieser Lofi da auch noch seine Finger im Spiel. Wahnsinn. Ja, 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 ja. Du, also ich habe in den letzten Sendungen irgendwie immer so zwei, drei, auch vier Songs auf die Playlist gehauen. Heute gibt es nur einen, aber der hat die Länge von, ja, drei, vier, fünf Songs. Das ist von Hubert von Goissern, da bin ich kürzlich drauf gestoßen. Der Song »Freunde«, der Rap, also ist eigentlich total schräg. Also erstens dauert dieser Song, glaube ich, sieben Minuten. Zweitens rappt Hubert von Goissern. Und der Refrain, apropos schräg, den singt dann auch noch irgendein bekannter Opernsänger, glaube ich. Das ist dann eigentlich so ein Operetten-Refrain, gepaart von einem Rap, der aber eben von einem Österreicher gerappt ist. Total schräg, aber irgendwie dann so beim dritten Mal bin ich dann voll drauf hängen geblieben. Also lohnt sich, glaube ich, da mal reinzuhören. Okay, geil. Das war es dann auch von meiner Meinung nach. Sag mal, Lofi, kennt man in Hamburg Hubert von Goissern? Ich habe gerade überlegt, ich glaube nicht, also ich kenne den nicht, aber das heißt nichts, ich kenne ganz viele Namen nicht. Also, ähm. Es ist schon Mundart, österreichische Mundart-Mucke, also in Süddeutschland dann doch durchaus bekannt. Also sehr bekannt sogar. Aber das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, ob Bands, ob Bands, die wirklich Mundart spielen, auch bis nach Hamburg kommen. Also, IAV, erste allgemeine Verunsicherung, sagt ihr das was? Ja, klar, natürlich. Ich kenne auch Ringswandel und so. Und STS und solche Geschichten auch. Ja, teilweise auch wieder vergessen, aber bestimmt, wenn ich Sachen höre. Aber wir haben ja so unsere eigene Mundart hier. Hämatom zum Beispiel. Richtig, richtig. Hämatom und Bär. Und Bär. Ein Bär. Leute, ich habe heute zwei Songs für euch. Übrigens heißt die Playlist Aftershow-Playlist. Sie darf gerne abonniert werden von jedem da draußen, der gerne Musik hört und gerne schräge und gute Musik hört. Die Playlist, die ich heute bestücke, beziehungsweise die Songs, mit denen ich heute die Playlist bestücke, sind einmal von Fever 333. Eine unserer Lieblingsbands, also wirklich von Süd und mir, die brachten jetzt am, glaube ich, letzten Freitag einen neuen Song raus namens Wrong Generation. Den hätte ich gerne auf dem, den hätte ich gerne auf dem Playlist. Und dann hätte ich gerne noch von meiner Lieblingsband, momentan Lieblingsband Behemoth oder Behemoth, den Song Blow Your Trumpets, Gabriel. Einfach deswegen, weil ich Nergal, das ist der Sänger von Behemoth, gerade total dafür abfeiert, wie er sich der polnischen Regierung, der PiS-Regierung in den Weg stellt. Und Teil dieser Proteste ist, die gerade in Polen wirklich tierisch abgehen, das sind die größten Proteste seit dem Fall des Kommunismus in Polen. So viele polnische Frauen stehen gerade auf und lassen sich irgendwie so dieses Abtreibungsverbot nicht gefallen und protestieren da in zugegeben schwierigen Zeiten. Aber man kann auch nicht einfach so ein Gesetz durch Corona entschuldigen oder nur gelten, dass es bei Corona gerade ist. Und ich feiere das total ab, was Nergal da gerade, wie er das alles dokumentiert, wie er Teil dieser Proteste ist. Und deswegen würde ich gerne seine Band hier featuren. Genau, es ist an der Zeit, danke zu sagen, Lofi. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre, ein Vergnügen. Ich habe wirklich zu danken, das ist mir definitiv eine Ehre. Und ja, ich rufe jetzt gleich Oli P. an und ich würde sagen, ich habe euch trotzdem lieb. Genau, wir haben dich auch lieb und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir aufeinander gestoßen sind. Wenn es irgendwann wieder Live-Konzerte gibt, werden wir uns spätestens da sehen. Wir haben ja eigentlich schon ausgemacht, dass wir mit Oli P. irgendwann auf Wacken irgendwas machen müssen zusammen. Ja, 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 ich bin dabei, ich werde es dokumentieren. Wir fahren auf jeden Fall, wir treffen uns auf Wacken, ich komme mit dem goldenen Bus vorbei und wir machen da Sachen. Das wäre es, das wäre geil. Lofi, vielen Dank, Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, vielen Dank, ganz tolle Sache. Genau, wir hören und sehen uns. Tschau. Tschüss. Tschüss. Letzte Runde. Die letzte Runde, die letzte Runde. Es war eine sehr lange Folge, es war eine sehr interessante Folge. Aber eine tolle Folge, aber eine richtig tolle Folge. Tolle Folge, viel Neues erfahren, viel gelernt, ganz geil. Du, ich bin auch eigentlich soweit ausgelabert. Es ist Dienstag, Lofi hat es vorhin schon erwähnt. Das heißt, wenn diese Folge herauskommt, ist die Wahl in Amerika zu Ende. Ich bin gespannt, wie die Zustände dort sind. Wird es einen Präsident geben, der auch wirklich sein Amt ausführen darf oder wird ein Präsident gewählt und der andere bleibt aber im Weißen Haus sitzen? Es ist, glaube ich, gerade alles möglich, wenn ihr das hört. Ist es möglicherweise geklärt, aber vielleicht auch noch nicht, vielleicht haben wir einen Bürgerkrieg, keine Ahnung. Bleibt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass du die Nacht durchmachst und das alles schön mitverfolgst am Fernseher, was diese Wahl angeht. Ja, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ein Podcast ist wie mit dem Wein, wenn er mal ein bisschen länger liegt, dann wird er eher besser. Also hört diese Scheiße nicht an. Hört sie erst in fünf bis sechs Jahren an. Dann ist es ein richtig duftes Ding, du. Du, aber ohne Scheiß. Er meint, glaube ich, die Länge, aber wir können auch die längere Zeit, nachdem ihr es anhört. Nee, aber ich meine auch wirklich, je länger er liegt, und ich glaube, nach sechs Jahren, das ist ein richtig schönes Zeitdokument. Glaubst du? Ja. Ja, ich möchte mich aber nochmal entschuldigen. Das habe ich vorher am Anfang der Sendung verpasst zu sagen. Ich, Vollidiot, mega überzeugt von mir selbst und von meinem kleinen Halbwissen, im letzten Podcast erzählt, dass die Wahl in Amerika von Montag auf Dienstag ist. Und habe gesagt, ich werde den ganzen Montag da irgendwie wach bleiben, also Montagnacht. Und dann weiß ich am Dienstag früh, wenn der Podcast rauskommt, wer der Armee-Präsident ist. Dann scheiß werde ich, denn die Wahl ist ja von Dienstag auf Mittwoch. Dafür nochmal ganz großes Sorry, Leute, sorry. Und ein kleines Sorry auch an die Hörerbeichten. Alle von euch oder viele von euch wollen natürlich wieder hören, was die Beichtis untereinander so verbrochen haben. Das werden wir auch nächste Woche nachholen. Also vor allem nicht vergessen, schön Beichten schicken auf unseren Kanälen. Genau. Und dann werden wir nächste Woche wieder ein paar von euch von ihren Sünden befreien. Ganz genau. Also es kamen auch wieder ein paar Hörerbeichten rein. In der nächsten Folge natürlich wieder mehr Raum dafür. Du, ich hätte es soweit. Ich werde jetzt hier wieder schön Wasser weitertrinken. Nie wieder Alkohol. Ich nicht, Leute. Ich habe Urlaub. Ich habe mir Urlaub genommen, Südi. Du wirst mich diese ganze Woche nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Ich zeige dir meine zwei riesengroßen Stinkefinger gerade. Meine zwei riesengroßen Mittelfinger. Ich werde mich die nächsten vier, fünf Tage nur mit meinem Garten und mit meinem Gartenhaus beschäftigen. Ich schmiere gerade sogar die Pläne, am Samstag schon den ersten Vollrausch, das erste Delirium, das erste Kummersaufen darin zu veranstalten. Aber jetzt ernsthaft. Also eigentlich wollte ich jetzt Tschüss sagen. Was interessiert mich. Könntest du jetzt schon wieder, also kannst du schon wieder an Alkohol denken? Ja. Ich habe vorhin tatsächlich überlegt, bevor wir anfingen aufzunehmen, ob ich mir einen Wein einchecke. Aber ich habe mich für Haribo entschieden. Ich habe mich für meine Lieblingssorte Haribo Erdbeeren entschieden. Werde es aber nächstes, also spätestens heute Abend oder sagen wir mal morgen früh. Morgen früh ist es zum Frühstück, schön Rotwein. Wie manche Kollegen aus der Szene. Grüße nach Hannover. Also, Leute. In diesem Sinne, Prost. In diesem Sinne. Tschüss. Macht's gut. Ciao.